König Eliud Brandt ist verstorben und sein Sohn, sein erstgeborener Hugo, übernimmt jetzt die Amtsgeschäfte. Naja, nicht so ganz. Wir haben ja gesagt, solange die Kinder, also unsere Charaktere minderjährig sind, also noch nicht volljährig sind, übernimmt das ein anderer Charakter. In unserem Falle wird das unsere Mutter tun. Ich denke, das ist hier die beste Lösung. Unser Charakter ist ehrlich und nachdenklich und er ist stattlich, ist aber nur eine körperliche Eigenschaft. Aber mit der ganzen Situation werden wir uns erst befassen, wenn unser Charakter denn alt genug ist, außer es sind Entscheidungen zu treffen, die ihn direkt betreffen und wo er daran beteiligt ist. Ansonsten werden wir das nämlich alles aus der Sicht von seiner Mutter aus machen, nämlich Bianca, nein, Blanka, Sebastian, Tochter von Schwaben. Sie ist die Tochter des früheren Herzogs von Westfalen und sie ist ungeduldig, sadistisch und gierig, hat aber eine gute Ausbildung hier, was die Bildung angeht, auch wenn sie trotzdem nur neun Werte hat. Ja, hat einige Ansprüche. Das heißt, wir werden Entscheidungen treffen, darauf basierend, bis wir halt eben volljährig sind. Wir haben zwei Sachen, die wir machen müssen, beziehungsweise eine Sache, die wir erstmal auf Seite schieben werden. Zum einen ist das hier die Domänen-Schwelle, da sind wir ein bisschen drüber, weil wir zwei Sitztümer haben, die wir eigentlich nicht haben sollten. Das ist, glaube ich, einmal die Baronie Krumperburg, aber die können wir behalten. Das heißt, wir müssen hiervon etwas abgeben. Ich glaube, das werden wir aber auch erst machen, wenn wir volljährig sind und wird jetzt erstmal so beibehalten. Aber wir müssen den Rat besetzen. Das werde ich machen, aus der Sicht von der Mutter aus. Das heißt, vor allem hier Leute, die bei Verwaltung und Geld einbringen. Ja, und dann würde ich einfach mal sagen, lassen wir dann weiterlaufen. Wir sehen uns gleich wieder. Ein Leben in meinen Händen. Meine Mutter Blanca hat mich in den Wald geführt, wo ich mit einem Bogen spielen durfte. Ich lief davon und es dauert nicht lange, bis ich einem verwundeten Reh begegnete, das vor mir davon humpeln wollte. Wir haben drei Möglichkeiten. Das wird das größte Tier, das ich je erlegt habe. Es ist so langsam, dass ich es anschießen und mit ansehen könnte, wie es... Ja, wahrscheinlich verreckt. Oder das ist doch eine Prüfung, die Blanca sich ausgedacht hat, oder? Ja, also ich glaube, sadistisch werden wir selbst nicht. Also wir sind ein ehrlicher Charakter. Das heißt, wir sind eher... Wir sind aufrichtig und wahrhaftig. Und nachdenklich ist ja eher drüber nachdenken. Dann würde ich eher das Letztere nehmen. Also das ist doch eine Prüfung, die Blanca sich ausgedacht hat. So nachdem, dass wir uns da drüber Gedanken machen. Das wird uns paranoid machen. Interessant, also so wie unser Vater. Schauen wir mal, wie das anhält. Wir sind aktuell auch in einem Krieg drinnen. Wir werden uns aber nicht daran beteiligen. Hier, unser Bündnispartner greift hier jemanden an. Ähm, das ist ein Religionskrieg, aber die brauchen unsere Hilfe nicht. Die sind da im Normalfall stärker. Äh, von daher ist das kein Problem. Äh, wir sind trotzdem beigetreten. Ich habe den Rat ein bisschen besetzt. Äh, mit verschiedenen Personen, die wir hier sehen. Das wird aber alles nochmal umgebaut, wenn wir dann an der Macht sind. Es gibt eine gefährliche Fraktion. Könnte sein, dass die da irgendwann, äh, rebellieren. Mal schauen. Ähm, ja. Aktuell können wir da nicht wirklich viel gegen machen. Ansonsten haben wir auch noch umgestellt, dass nicht mehr die Kultur weiter verbreitet werden soll, sondern dass mehr Steuern eingenommen werden. Weil, wie gesagt, unsere Mutter ist ja gierig. Ich denke, wenn wir erwachsen sind, werden wir ihr auch dann das ein oder andere Geschenk machen, um das quasi widerspiegeln zu lassen, dass sie sich dann auch ein bisschen Geld quasi mit rausgenommen hat. Spieltreffen, Versammlung. Alle sind hier. Als all die kleinen Fürsten und Damen in den Raum geführt werden, werde ich immer ausgelassener und fröhlicher. Ich bin begeistert, dass mein Vasall Herzog Weringa und mein Verwandte Luitgard beide gekommen sind. Ganz zu schweigen davon, dass Reinilde, Tochter von meinem Vasall Graf Wolffat, es auch geschafft hat. Ja, wir haben die anderen Kinder an unserem Hofe und wahrscheinlich in der Umgebung mal hier zu einem Spieletreffen eingeladen. Willkommen. Markttag. Hildegard, Tochter von meinem Vasallin Baronin Brude und ich sind der Meinung, dass das Handeltreiben eine wichtige Fertigkeit ist, die Adlige erlernen sollten. Daher haben wir beschlossen, den örtlichen Markt in Straßburg zu besuchen. Wir haben zwar nur ein paar Kiesel zum Bezahlen, aber sie glänzen ganz toll. Es gibt hier drei Möglichkeiten, aber tatsächlich die einzige, die wir hier wählen könnten, ist hier bauen wir unseren eigenen Stand auf, denn hier ist einmal Ehrlichkeit dagegen und hier nachdenklich. Und ich denke, zu einem nachdenklichen Charakter passt es auch ganz gut, wenn wir unseren eigenen Stand aufbauen. Klettern. Mein Vasall, Herzog Berringer, ist auf den höchsten Felsen der Gegend geklettert und versucht mir mit Gesten zu verstehen zu geben, dass ich nachfolgen soll. Es wäre nicht der erste Klettergang dieser Art, aber das sieht schon ziemlich hoch aus. Wir haben hier zwei Möglichkeiten. Entweder geben wir nach oder wir klettern hinterher. Hinterherklettern ist eher nicht so die Sache. Wir sind nachdenklicher Charakter. Wir dürfen nicht vergessen, wir sind auch paranoid. Eventuell hat er ja irgendwelche Hintergedanken. Deswegen geben wir lieber nach, weil wir das erkennen, dass es zu gefährlich ist. Vater, Mutter, Kind spielen. Meine Bekanntschaft Dorothea tritt mit einem Haufen Tuch in den Armen an mich heran. Als sie ihn vor mir auf den Boden fallen lässt, merke ich, dass es Gewandlungen sind für Erwachsene. Lasst uns Vater, Mutter, Kind spielen. Hier wären alle drei Sachen theoretisch möglich, außer vielleicht das in der Mitte, weil das doch sehr gemein ist und wir sind ja eigentlich kein gemeiner Charakter aktuell. Aber hier wird es auch schon ein bisschen angezeigt, weil wir ein nachdenklicher Charakter sind, passt das eigentlich ganz gut. Nein, das ist doch kindig. Spielen wir lieber Schach. Erwachende Anziehung. Als eine Brotmeisterin an mir vorbeigeht, schweißdurchdrängt von der Arbeit, aber mit roten Backen bin ich wie verzaubert. Was ist das für ein Gefühl, dieses Verlangen? Mädchen sind so faszinierend. Wir sind jetzt also heterosexuell geworden. Der Spaß geht zu Ende. Es tat gut, eine Weile lang alle Verantwortung zu vergessen und Zeit mit anderen Kindern zu verbringen. Doch mir wurde gesagt, dass ich jetzt zu meinen Pflichten zurückkehren muss. Wir hatten alle so viel Spaß. Hoffentlich können wir das bald wieder einmal machen. Bis zum nächsten Mal. Und schon wieder finden wir uns im Wald wieder. Und schon wieder ist da ein Reh, dem wir begegnen. Und es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder werden wir eben sadistisch oder... Also entweder sadistisch oder ehrgeizig. Die andere Möglichkeit ist nicht mehr da. Offensichtlich ist das wirklich ein Test hier von unserer Mutter. Ähm, darf hier aber wie gesagt nicht sadistisch sind. Wir sind ein ehrlicher Charakter. Ähm, sehe ich nicht, dass wir zuschauen, wie das Tier da irgendwie stirbt oder irgendwie sonst was. Kann ich mir nicht vorstellen, vor allem weil wir auch ein nachdenklicher Charakter sind. Deswegen würde ich tatsächlich sagen, okay, das wird das größte Tier, das ich je erlegt habe. Also werden wir dann doch diesmal das Tier erlegen. Und damit werden wir zu einem ehrgeizigen Charakter. Ein flauschiger und exotischer Teppich. Ein weicher Teppich farbenfroh und flauschig erreicht mich als Geschenk von König Karloman. Ich weiß nicht, warum er mir ein derart ausgezeichnetes Geschenk macht. Doch die edle Webkunst des Teppiches ist so seidenweich wie die Haut eines Engels. Jetzt, okay, der früher Lehnsherr von uns oder von unserem, ja, von unserer Großmutter schenkt uns einen flauschigen Teppich. Wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder werden wir ihn los, also verkaufen ihn quasi, oder wir hängen ihn auf. Ähm, jetzt ist die Frage, ob unsere Mutter das zuerst bekommt oder wir. Sie ist ja quasi unser Vormund, was das angeht. Ähm, wenn unsere Mutter das bekommt, dann würden wir das verkaufen. Wenn wir das bekommen, würden wir das wahrscheinlich auf, äh, irgendwo aufhängen. Wobei wir ja schon paranoid sind. Ich glaub, wir verkaufen ihn. Also, unsere Mutter würde ihn verkaufen und wir sind eher paranoid und nachdenklich, was das angeht. Ja, verkaufen wir ihn. Warum sollte er jetzt hier so freundlich auf uns zukommen? Dann verkaufen wir das. Es wurde mal wieder hier Zeit für ein Spiel treffen. Wir sind mittlerweile 14 Jahre alt und, äh, werden sehr, sehr bald, äh, die Volljährigkeit mit 16 Jahren, äh, erreichen. Aber ich denke, es wird mal wieder Zeit, unsere Freunde zu treffen und mit denen ein bisschen, ja, zu spielen, zu reden. Geheimnisse. Meine Verwandte Ute verbirgt ganz offensichtlich etwas. Doch gerade als sie einwillig ist mir zu verraten, tritt mein Bruder Prinz Anton an uns heran und besteht darauf, dass ich mit ihm eine Partie Schach spiele. Ja, ich denke, wir werden Schach spielen, ähm, auch wenn das uns natürlich interessieren würde. Wir sind nachdenklich, ehrgeizig und wir haben ja schon mal Schach gespielt, also warum nicht? Klar, spielen wir Schach mit ihm. Der Ratsprediger. Wir erforschen das örtliche Gotteshaus als Imagina, Tochter von Vasall, Graf Wolffat und ich jemanden auf dem... Was? Und ich jemanden auf jemanden stoßen. Es ist mein Ratsprediger Alm Amalrich, umgeben von Schriftrollen. Das sind Tagebücher aus langer, vergangener Zeit. Habt ihr Interesse an derlei Dinge? Wir haben zwei Möglichkeiten. Ja, bringt mir mehr über sie bei. Oder nein, ich habe Interesse daran, dass ihr uns Abenteuergeschichten erzählt. Beide Sachen würden passen, weil wir... Ja, okay, weil... Ehrgeizig, Abenteuergeschichten. Aber ich glaube, ich denke, klar. Also, wir sind ja anscheinend ein belesener Mensch, also der auch ein bisschen nachdenkt. Auch unser Bildungswert zeigt eindeutig, dass wir an solchen Dingen Interesse haben. Ja, bringt mir mehr über sie bei. Grobes Spiel. Ich dachte, Imagina, Tochter von meinem Vasall, Graf Wolffat und das Bauerskind, täte nur so, als würden sie kämpfen. Doch plötzlich war da Blut auf dem Boden. Imagina sackte mit einem Grunzen zusammen und der Bauer über ihr setzt zu einem neuen Angriff an. Wir haben drei Möglichkeiten. Entweder ich werde sie retten oder wir sagen, bitte, ich brauche Hilfe oder das sieht lustig aus, lass es mich mal versuchen. Ich glaube, in diesem Falle würden wir tatsächlich auch eher auf nachdenklicher Seite sein. Das heißt also, wir würden eher überlegen, wie wir helfen können, als tatsächlich dazwischen zu springen. Ja, bitte, ich brauche Hilfe. Und auch dieses Mal geht der Spaß zu Ende. Ob es nochmal ein nächstes Mal gibt, wissen wir nicht. Aber wir werden relativ bald unsere Volljährigkeit erreichen. Das Erwachsenwerden Ich habe nur ein Verständnis in Sachen Gelehrsamkeit, dass das meiner Altersgenossen bei weitem übersteigt. Obwohl ich ein natürliches Talent für das Thema zeigte, ist es dennoch ein Erfolg, wie gut ich es jetzt beherrsche. Als ich meinen ersten Schritt in die Welt der Erwachsenen tue, erinnere ich mich zurück an einige Menschen, die an einem enormen Einfluss darauf hatten, wie ich heute bin. Die Freundschaft, die ich mit Hartmann teilen durfte, bedeutet mir eine Menge, als wir noch jung waren. Und es ist mir wichtig, ihn auch heute noch an meiner Seite zu haben. König Hugo, ihr seid jetzt ein Mann. Und damit sind wir erwachsen und wir werden uns kurz den Charakter mal anschauen. Ich möchte euch den jungen König Hugo von Schwaben vorstellen. Wir haben hier einen Charakter, der ehrlich ist, der paranoid ist, ehrgeizig und ein meisterhafter Philosoph. Das heißt, er hat seine Ausbildung mit, ja, mit bestem Zeugnis abgeschlossen, wenn man so möchte. Und er hat eine sehr stattliche Erscheinung. Also fast die höchste Auszeichnung, was die Schönheit angeht. Gibt es nur noch wunderschön drüber. Ja, das ist unser Charakter. Er ist, wie gesagt, ehrlich, paranoid und ehrgeizig. Ehrlichkeit bedeutet so viel, dass er gerade ehrliche Charakter mag und jedwege Form von Hinterhältigkeit und, ja, auch Lügen und Betrug und alles mögliche komplett farbscheuend tut. In Kombination mit paranoid ist das sehr, sehr interessant. Denn das bedeutet so viel auch, dass er allgemein davon ausgeht, dass Menschen eher lügen und betrügen und da eben ein bisschen vorsichtiger ist. Und deswegen, dass er noch mehr ab, also dem abgeneigt ist. Also der hat wirklich, also der lässt da kein gutes Haar dran, was Charaktere angeht, die eben hinterhältig sind oder ähnliches. Gleichzeitig ist er ehrgeizig. Das heißt, er möchte gerne Titel haben, er möchte gerne einige Sachen erreichen, aber das eben nicht mit irgendwelchen hinterhältigen Tricks oder sowas, sondern mit ehrlicher Arbeit. Die Ausbildung Meisterhafter Philosoph ist wirklich sehr, sehr stark. Hier vier Sterne Ausbildung, das gibt uns hier nochmal plus acht Bildung, denn das führt zu folgenden Werten, die wir hier haben. Wir haben hier elf Diplomatie, acht Kriegsführungen, zehn Verwaltungen, Ränkespiel drei und Bildung 19, Kampfgeschick sechs. Es zeigt sich hier ganz klar, hinterhältige Aktionen wie Ermordung und Komplotte und was weiß ich alles, die fallen hier komplett weg. Das ist nicht sein Bereich, den er da nutzen wird. Er ist vor allem sehr gebildet. Er hat auch ein Verständnis für Verwaltung und für Diplomatie, da ist er ebenfalls nicht schlecht. Keine besonders guten Werte, aber trotzdem im Durchschnittsbereich. Das heißt, auch er wird wahrscheinlich eher weniger Krieg fahren, also jetzt weniger hier Krieg führen, um jetzt große Expansionen zu machen. Sondern das eher auch mit diplomatischem und Geschick machen, ja komischer Satzbau, aber naja. Das heißt beispielsweise für unseren Fall Vasalisierung und da gibt es tatsächlich einige Kandidaten, die man eventuell vasalisieren könnte. Hier, der Herzog von Transjuranien ist nicht unmöglich, das hinzubekommen. Auch die Westfranken oder sogar Thüringen sind potenzielle Vasallen, die man da durchaus bekommen könnte. Ja, ansonsten ist natürlich Bildung auch ein guter Wert für die Entwicklung und sonst was. Das heißt, wir könnten da wieder mehr Sachen machen, was Richtung Bildung, also was Entwicklung angeht, indem wir Gebäude bauen oder ähnliches. Der Verwaltungswert ist jetzt auch nicht wirklich gering, der das jetzt irgendwie gegenstehen würde. Ja, das auf jeden Fall zu dieser Sache. Das heißt, wir würden unseren Fokus erstmal darauf setzen, durch Vasalisierung, durch kluge Bündnispolitik. Und eventuell durch das Positionieren von Mitgliedern unserer Dynastie in anderen Königshäusern und Herzogshäusern unser Reich quasi damit zu erweitern. Denn wie gesagt, wir sind trotzdem ehrgeizig. Es wird auch Krieg geben, aber wenn, werden wir versuchen, das erstmal ohne größere Kriege zu machen. Und wenn wir Kriege machen, dann sind das eher Kriege, die wir quasi schon auf dem Papier gewonnen hätten, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich denke, er schätzt das quasi sehr, sehr stark ab, ob er das gewinnen wird oder nicht, weil er, wie gesagt, ja nicht wirklich so der fähige Anführer ist. Ich denke, der schätzt das besser ab als andere Situationen. Ja, das auf jeden Fall dazu. Dann, er hat eine Ehefrau, und zwar die Prinzessin Susanna von Sardinien. Und sie ist treuherzig, ehrgeizig und fleißig. Ist ein kaufmännisches Genie. Die hat einen sehr, sehr guten Verwaltungswert. Da werden wir auch hier sie direkt einstellen, sobald wir sie denn auch geheiratet haben. Wir sind nämlich aktuell noch verlobt. Wir werden das hier mal im Vorschlag abschicken. Abschicken. Dann ist sie jetzt unsere Ehefrau. Und wir werden dann hier gleich, wir lassen mal einen Tag weiterlaufen. Müsste jetzt da sein. Nein, ihr habt keinen verfügbaren Ehepartner. Oh, stimmt, sie ist an einem anderen Hof, denn sie ist ja hier die Gräfin von Mantua und ist deswegen hier Venedig untergeordnet. Sie ist nicht an unserem Hof. Leider, gerade. Genau. Sie ist, wie gesagt, die Tochter von, hier vom Königreich Sardinien und Korsika. Okay. Sie ist auf jeden Fall unsere Frau. Wir sind jetzt mit ihr verheiratet. Wir haben einen Spielererben und das ist zwar unser Bruder. Wir haben aktuell ein gutes Verhältnis zu ihm, weil wir mal mit ihm Schach gespielt haben. Ansonsten er ist faul, zynisch und reizend. Er ist, wie gesagt, noch nicht volljährig. Aber ich glaube nicht, dass er uns Probleme bereiten wird. Wie gesagt, wir haben eine gute Meinung. Wir haben aktuell auch ein Bündnis mit ihm. Wir könnten theoretisch seinen Titel beanspruchen. Macht wenig Sinn. Der ist unser Vasall. Wir haben, was die Erbfolge angeht, ein Problem. Denn wir haben hier, wie, eh und je, das Problem, dass wir aktuell nur einen Erben haben. Das heißt, es sind hier drei Personen, die hier die Titel erben. Wenn sie das tun würden, ist das Spiel vorbei. Das heißt, da müssen wir auf jeden Fall wieder für Erben oder Erbinnen sorgen. Genau. Das auf jeden Fall dazu. Ansonsten, unsere Mutter hat einen guten Job gemacht. Schaut mal, wie viel Geld wir hier haben. Deswegen werden wir ihr hier ein kleines Geschenk machen. Das ist quasi das, was sie sich selber abgezahlt hat, auch wenn 75 Dukaten nicht wenig sind. Wir werden mal zwei Geschenke entsenden. Sie hat sich mal 150 Dukaten, ja komm, mach mal drei Geschenke draus, hat sie sich mal so auf Seite gelegt quasi. Ja, aber sie hat einen guten Job gemacht. Sie hat das Reich sehr gut verwaltet. Wir sind aktuell noch in einem Krieg, aber da werden wir uns auch hier jetzt nicht mehr dran beteiligen. Er wird das höchstwahrscheinlich hinbekommen. Ich glaube, wenn wir jetzt unsere Einheiten ausheben, rüberfahren, ist der Krieg vorbei. Dann haben wir noch einen Freund, und zwar Hartmann. Der war unser Kumpel quasi in unserer Kindheit. Er ist tapfer, mitfühlend und ehrgeizig. Er ist ein uneheliches Kind, das heißt, er kann keine Titel erben. Er ist also quasi kein, also in Anführungszeichen kein richtiger Krumperburg, denn man weiß nicht, wer der Vater ist. Die Mutter ist Alberade von Krumperburg. Wir können ihn aber legitimieren. Und damit wird er zu einem, in Anführungszeichen, anständigen Mitglied unserer Dynastie. Und ich glaube, das machen wir. Wie gesagt, er ist unser, er ist ein Freund von uns. Warum sollten wir das nicht tun? Das heißt, wir können auch für ihn noch einen Ehepartner suchen. Das werden wir gleich dann ebenfalls noch machen. Wir werden aber erstmal noch einen Lebensweg auswählen. Und da gehen wir klar auf den Bildungslebensweg, weil wir eben da die stärkste, also es ist unser stärkster Wert. Wir haben da eine meisterhafte Philosophen-Ausbildung hingelegt. Deswegen ist das, denke ich, klar. Ja, und da gibt es drei Möglichkeiten. Entweder gesunder Körper, Gelehrter oder Theologe. Theologe würde ich erstmal ausschließen, also beziehungsweise erstmal hinten anstellen, weil jetzt so das, äh, das religiöse jetzt noch nicht so heraussticht. Das kann aber noch werden. Die beiden anderen Sachen, äh, sind da durchaus, äh, eher da. Und zwar kann ich euch die Sachen auch relativ gut begründen. Gelehrter, klar. Ein Philosoph, meisterhafter Philosoph, nachdenklich. Ist, ist ein gewissenhafter Charakter, der immer mehr lernen möchte, wissen möchte. Also ist Gelehrter eigentlich perfekt, ähm, was das angeht. Es gibt auch verschiedene Bonis, ähm, deswegen, das wäre so eine Sache, die wir auf jeden Fall durchziehen können. Gesunder Körper aber ebenfalls. Wieso? Ähm, er hat das alles mit seinem Vater mitbekommen. Zwar als Kind, äh, er war zehn Jahre, als sein Vater gestorben ist. Ähm, aber er hat durchaus mitbekommen, dass Krebs, äh, ihn ganz schön zermürbt hat. Und dass der Arzt, äh, doch relativ, äh, katastrophale Behandlung durchgeführt hatte. Die dazu geführt hat, dass er gestorben ist. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass er sich auch auf den gesunden Körper fokussieren könnte. Damit er eben genau diese Fehler, die da passiert sind, ähm, ja, nicht wiederholt. Ich kann mir sogar sehr gut vorstellen, dass er überhaupt erst so nachdenklich geworden ist, dadurch, dass er eben, äh, vielleicht wissen wollte, warum sein Vater so früh gestorben ist. Deswegen würde ich tatsächlich schauen, dass wir den gesunden Körper, äh, hier die ersten Punkte hier, äh, durchgehen. Wir werden aber trotzdem den Fokus erstmal auf Gelehrsamkeit machen. Also das hier in der Mitte, das gibt uns hier nochmal plus drei Bildung und Entwicklungszuwachs. Ähm, aber ich glaube, wir gehen erstmal diesen gesunden Körper, diese Wege, um uns da ein bisschen so abzusichern. Genau. Gut, gut, gut. Ich denke, das wird ein interessanter Charakter. Er wird so ein bisschen das fortführen, was sein Vater so angefangen hat, aber mit seinem eigenen Ansatz. Ähm, könnte ein interessanter Charakter werden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Das war's von eurem Grumpas, der Kartoffelretter. Kartoffelretter.